Musik Ja, auch von mir ein Willkommen. Für uns ist heute ein besonderer Tag, deswegen an einem normalen Montag für das Bonifatiuswerk ein Festtag. Denn heute feiern wir das Fest des Heiligen Bonifatius. Wir haben eben schon mit unseren Gästen und Mitarbeitern Gottesdienste feiert und nach gestärktem Frühstück können wir uns hier draußen eben bei dem sonnendurchfluteten Wetter auch treffen. Ein echter Udo Lindenberg mitten in der Stadt. Das hat, glaube ich, nicht jede Stadt in Deutschland. Musik 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 Ja, moin moin aus Hamburg. Danke für die Einladung. Ich bin gestern mit dem Sonderzug aus Hamburg gekommen. Musik Dach der Welt. Musik Unser gemeinsames Haus hat einen gewaltigen Dachschaden. Oder wie Papst Franziskus in seiner Enzykka Laudato Si' ausdrückte, Unser gemeinsames Haus ist krank. Protest und Sehnsucht. Das verbindet uns nicht nur der Protest als solcher, sondern eben auch die dahinterstehende Sehnsucht ist gerade für uns Christen auch so wichtig. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass ich ganz frische Grüße ausrichten darf von Udo Lindenberg. Musik 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 Musik